Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big League, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Heute Abend findet das Finale des Chess.com Speed Chess Championship statt zwischen Hikaru Nakamura und einem dieser beiden Spieler, Maxim Bachelagraf oder Magnus Carlsen. Denn diese beiden Spieler haben gestern das Halbfinale gespielt und ich analysiere die allerletzte Partie dieses Matches hier gleich im Video. Vorher aber noch zwei wichtige Sachen. Heute Abend das Finale und ich möchte es live kommentieren. Ab 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr gehe ich online auf meinem Twitch-Kanal. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, wie üblich. Ab 18 Uhr dann das Finale zwischen Nakamura und einem der beiden hier. Das bedeutet auch, dass ich kurzfristig die Sparta-Arena verschiebe. Und zwar findet die nicht heute Abend statt. Ich kann ja schlecht beides machen. Ich verschiebe sie auf Sonntag. Morgen. Dann Abend. Allerdings würde ich sagen, dass wir dann schon um 19 Uhr beginnen. Sonntag, also morgen Abend um 19 Uhr dann die nächste Sparta-Arena auf YouTube. So, ich werde das natürlich auch in anderen Kanälen publik machen. Gehen wir jetzt zu diesem Match hier. Maxim Bachelagraf gegen Magnus Carlsen. Das war gestern ein richtig, richtig geiles Match. So spannend. Und es stand 12 zu 11 für Maxim Bachelagraf vor der allerletzten Bullet-Partie. Alle, die Speed-Championship verfolgen, wissen, 90 Minuten Blitzpartien 5 plus 1, 60 Minuten Blitzpartien 3 plus 1. Und dann 30 Minuten Bullet 1 plus 1. Bedenkzeit 1 plus 1. Richtig cooles Format. Und Carlsen lag schon im Bullet kurz vor Schluss mit minus 4 hinten. Holte dann aber auf, gewann 3 Partien in Folge. Und dann hat er jetzt die Chance gehabt, mit dieser Partie das Match auszugleichen und dann den Tiebreak zu forcieren. Schauen wir uns diese Partie an. Bachelagraf beginnt mit E4. Wie gesagt, es ist Bullet. Das heißt, man darf nicht alle Züge auf die Goldwaage legen. Es werden natürlich Fehler passieren. Völlig normal. E4, G6. Moderne Verteidigung. D4, Läufer G7, Springer C3. Das ist eine Eröffnung, die man mit Schwarz spielt, wenn man asymmetrische Verhältnisse hervorrufen will. Und insbesondere auf Gewinn spielen will von Anfang an. Nicht zu ausgeglichene Stellungen, nicht zu einfache Stellungen. Und tatsächlich hatte Carlsen auch zwei Partien davor mit dieser Eröffnung gewonnen. D6, Springer F3, A6. Typische Züge für moderne Verteidigung. Läufer E3, B5. Ihr seht, Schwarz sehr, sehr aggressiv geht da zu Werke, während Weiß das Zentrum besetzt und die Leichtfiguren schön harmonisch hinter den beiden Bauern im Zentrum postiert. Prinzipiell sagt die Engine oder auch die Großmeister und Titelträger sagen, dass Weiß hier Vorteil hat. Aber das ist eine Bullet-Partie. Hier kann alles passieren. Springer D7. Kurze Ruchade. Weiß ist gut entwickelt. Und hier sollte man jetzt hier mit Läufer B7 fortsetzen und den Vorstoß C5 vorbereiten mit der Attacke auf das Zentrum. Wichtig ist, dass der Läufer da steht, um dieses Feld hier zu kontrollieren und Druck zu machen auf dieser Diagonale. Allerdings spielte Carlsen sofort C5. Und das ist eine Ungenauigkeit. Und Vashila Graf reagierte wirklich sehr, sehr gut. Er spielte hier D schlicht C5. Starker Zug. D schlicht C5. Und jetzt E5. Ein sehr starker Zug, aber sehr bekannt auch in dieser Struktur. Ja, warum ist das ein starker Zug? Opferten Bauern. Man kann hier nehmen mit Schwarz. Allerdings ist das schlecht. Springer schlicht D5. Springer schlicht D5. Läufer schlicht D5. Und hier ist Läufer E4 sehr stark. Greift den Turm auf A8 an. Und jetzt, egal ob Schwarz die Damen tausche oder nicht, letztendlich steht er hier sehr schlecht. Zum Beispiel nach Turm B8. Dame schlicht D8. König schlicht D8. Turm AD1 Schach. Der König geht zurück. Und dann gewinnt Weiß hier diesen Bauern auf C5. Und der König in der Mitte steht sehr schlecht. Tatsächlich sagt die Engine hier sogar, dass Weiß hier auf Gewinn steht. Obwohl materiell nach Läufer schlicht C5 ausgeglichen ist. E5 hier also ein sehr starker Zug. Die andere Drohung ist hier E6. Werden wir gleich sehen in der Partie. Aber Schwarz kann sich E6 hier nicht leisten, weil das Feld D6 geschwächt wird. Dann kommt A4 sehr stark. Greift den Bauern B5 an. B4. Und dann Springer E4. Und es droht hier schon dieses Schach. Und der Bauer C5 ist angegriffen. Das sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen, wenn Springer schlicht E5 kommt, dann kommt Läufer schlicht C5. Und der König in der Mitte. Es droht Springer D6 Schach. Ganz, ganz schlecht für Schwarz. Also nach E5 hat Weiß hier schon wirklich beträchtlichen Vorteil. K also spielt der Läufer B7. Und jetzt kam der typische Vorstoß E6. Dieses Bauernopfer hier. E6. F schlicht E6. Wodurch die Bauernstruktur des Schwarzen kompromittiert wird. Geschwächt wird. Der Bauer E6 ist schwach. Und Weiß attackiert sofort mit Springer G5 diesen Bauern. Auf E6 droht Springer schlicht E6. Wonach dieser Doppelangriff kommen würde auf Dame und Läufer. Deswegen entledigt sich Schwarz des Läufers. Spielt Läufer schlicht C3. B schlicht C3. Man gibt den Läufer eigentlich nicht so gerne ab. Aber konkret ist das sogar die beste Fortsetzung. Dame B6 deckt mit der Dame den Bauern hier. Hier ist Dame G4 sehr stark. Und ja. Hier steht Weiß einfach sehr sehr gut. Stattdessen spielte Vachier Lagrave C4. Springer Gf6. A4. Er blockt hier alles am Damenflügel. B4. Der Damenflügel wird hier so ein bisschen geschlossen. Dame E2. Wie gesagt, es ist eine Bulletpartie. Die spielen nicht perfekt hier die Jungs. Springer E5. Läufer F4. Greift den Springer an. Dame C6. Es droht. Matt auf G2. Die Mutter aller Drohungen. Natürlich sieht das ein Großmeister. F3. Blockt die Diagonale. Springer schlägt D3. C schlägt D3. Läufer C8. Deckt den Bauern, der angegriffen war. Carlsen wehrt sich. Lässt sich nicht so einfach unterkriegen hier. Hat natürlich den König im Zentrum. Das ist natürlich nicht so schön. Und die Türme nicht verbunden. Aber er kämpft sich zurück. Turm F1. Und hier droht die Partie komplett zu kippen. Nach H6. Greift den Springer an. Und Vashila Graf hatte hier schon mehrmals nicht den besten Zug immer gefunden. Wie gesagt, da das eine Bullet-Partie ist, möchte ich jetzt nicht jeden Zug hier sezieren. Würde wenig Sinn ergeben. Springer H3 zurück. G5 greift hier den Läufer an. Wir sehen, Carlsen findet hier wirklich Züge, womit er sich am Leben hält. Turm F8. Springer F2. A5. A5. D4. Strukturell könnte man auch nach D4, C schlicht D4, Läufer schlicht D4, könnte man auch argumentieren, dass Schwarz gar nicht so schlecht steht. Er hat immer einen Bauern mehr. Der ist zwar schwach hier auf E6, aber dafür hat Schwarz jetzt hier plötzlich einen Freibauern auf der B-Linie. Und der Bauer auf A4 und C4, das ist auch keine Pracht aus weißer Sicht, die sind auch schwach. Der große Unterschied ist natürlich, der König auf E8 ist nicht gut postiert, während der weiße König auf G1 eigentlich relativ sicher steht. Läufer A6 greift hier diesen Bauern an. Turm AC1 deckt den Bauern. Jetzt wird es sehr konkret. Turm D8 greift den Läufer an. Und hier kommt jetzt ein Fehler von Vashila Graf. Er wollte den Läufer nicht tauschen gegen den Springer auf F6. Aber das ist der beste Zug konkret. Läufer schlicht F6, Turm schlicht F6. E schlicht F6 geht überhaupt nicht, wegen Dame schlicht E6 Schach. Und dahinter ist noch ein Läufer, der hier hängt. Dame schlicht E6, Turm schlicht E6 und Weiß gewinnt hier den Läufer. Er müsste mit dem Turm nehmen hier. Schwarz. Aber dann kommt Dame E5. Und hier hat Weiß plötzlich einen sehr, sehr großen Vorteil. Der A5 ist angegriffen. Es droht hier Springer E4. Ein großes Problem ist, dass der König hier in der Mitte steht und Dame H8 hier. Hier latent droht, wenn der Turm wegzieht. Und das ist ein Problem hier für Schwarz. Also Läufer schlicht F6 wäre es stark gewesen. Stattdessen spielte MWL Läufer A1. MWL, wie er genannt wird. Maxim Vashila Graf. Und hier hätte die Partie komplett kippen können. Hier hatte Carlsen die Chance, am Königsflügel die Initiative zu ergreifen. Und zwar mit G4. G4 ist hier ein sehr, sehr starker Zug. Die Idee ist, wenn Weiß den Bauer nimmt. Zum Beispiel Springer schlicht G4. Springer schlicht... Ne, wenn er die Diagonale zu öffnen. Entschuldigung, die Diagonale zu öffnen. Wenn er Bauer nimmt zum Beispiel, dann kommt Läufer B7. Und dann hat Schwarz plötzlich einen riesigen Angriff. Das ist die Idee gewesen. Wenn er mit dem Springer nimmt, dann nimmt Schwarz aber auch raus. Auf G4, FG4. Und dann kommt Turm F4. Und plötzlich ist Schwarz super aktiv. Greift hier die ganzen Schwächen von Weiß an. Und das Endspiel ist sogar etwas besser hier für Schwarz. Zum Beispiel nach Dame schlicht D6. Dame schlicht D6. Turm schlicht D6. Läufer schlicht C4. Hat Schwarz hier einen tollen Freibauern. Droht hier mit den Turmen aktiv in die weiße Stellung einzudringen. Und plötzlich steht Schwarz hier sogar etwas besser. Ja, G4 wäre hier ein starker Zug gewesen. Das Beste wäre noch gewesen, die Damen direkt zu tauschen. Aber auch dieses Endspiel ist hier sehr gut für Schwarz am Ende. Schade. G4 hat er nicht gesehen nach Läufer A1. Stattdessen kümmerte er sich hier um den Bauern E6. Er spielte König F7. Springer D3. Und jetzt droht hier verheerend Springer E5 Schach mit Gewinn der Dame. Und hier hätte... Ja, das ist schwierig. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist in der Bullet-Partie einfach alles nicht so einfach zu sehen. Er hätte mit dem König einfach zurückgehen müssen nach E8. Was ein bisschen komisch ist, weil man kam ja gerade daher. Und Remi reicht ihm ja auch nicht. Dann hätte Vashila Graf vielleicht die Züge wiederholt. Schwarz muss ja gewinnen. Aber König E8 wäre am besten gewesen. Hier steht Weiß zwar auch besser nach Springer E5, aber nicht so viel. Damit C5 Schach. König A1. Und der König steht hier auf E8 besser als auf G8. Was wir gleich in der Partie sehen werden. In der Partie ging Karlsson nach G8 mit dem König. Und hier steht der König sehr schlecht. Springer E5 Schach. Äh, E5. Dame C5 Schach. König A1. Und das große Problem hier ist, dass diese Geschichte hier droht. Dame C2 mit der Idee Dame G6. Und Angriff auf den König. Das ist der Unterschied. Mit dem König auf G8. Wenn er auf E8 stünde, dann könnte Schwarz den Turm wegziehen nach D6. Zum Beispiel in der Stellung. Turm D6. Damit C2 gewinnt. Für Weiß. Mit dem König auf E8. Dann könnte er eventuell wegrennen hier. Auf die Seite. Ja, alles so Feinheiten, die man unmöglich sehen kann. Das kann man alles unmöglich erkennen in einer Bullet-Partie. Es ging weiter mit Springer H5 hier. Stattdessen. Karlsson sucht hier nach Gegenspiel. Aber es ist zu spät. Springer G6 greift den Turm an. Es droht Dame schlicht E6 Schach. Es kam Turm F7. Dame schlicht E6. Und es droht jetzt hier wieder Springer E5. Mit dieser Fesselung. Springer schlicht, um die Fesselung auszunutzen auf F7. Springer schlicht E7 Schach. Hier geht nicht mehr viel. Karlsson spielte Dame D6. Aber das ist jetzt vorbei. Springer schlicht E7 Schach. Und jetzt opfert er hier die Qualität. Dame schlicht E7. Dame schlicht E7. Turm schlicht E7. Turm schlicht E7. Springer F4. Versucht hier noch irgendwie Verwirrung zu stiften. Tatsächlich sehe ich gerade, er hätte Läufer schlicht E4 auch nicht spielen können. Wir können den Läufer nicht nehmen, wegen Turm D1 Grundreihenmatt. Aber hier geht G4. Greift den Springer an. Wenn ich das richtig berechne hier. Ja. Wobei, stimmt nicht ganz. Er hätte das spielen können eigentlich. Läufer schlicht C4. Hätte er machen können. Dann hätte er wenigstens noch einen Bauern bekommen. Gut. Engine sagt, dass nach H4 Weiß komplett auf Gewinn steht. Schafft hier ein Luftloch. Aber Läufer C4 hätte er wenigstens noch einen Bauern haben können. Gut. Stattdessen ging es weiter mit Springer F4. Turm A7. Läufer schlicht C4. Turm schlicht A5. Und hier gab Carlsen auf. Ich glaube, er hatte auch keine Zeit mehr. Und ja. Er hat Material weniger. Viel Material weniger. Keine Damen mehr auf dem Brett. Einen Angriff gegen den Weißen König ist nicht mehr möglich. Und ja. Vashila Graf gewann dieses Match dann. Dadurch mit 13 zu 11 insgesamt. Wie gesagt, ein super, super spannendes Match. Es ging wirklich. Es war sehr hochklasse. Es gab unglaublich viele taktische Wendungen. Und Vashila Graf hat gegen den Weltmeister hervorragend mitgehalten. Nicht nur mitgehalten. Er hat ihn geschlagen. Kleine Überraschung. Und heute Abend das Finale. Hikaru Nakamura gegen Maxim Vashila Graf ab 18 Uhr. Und ich werde es live kommentieren. Wie ich schon eingangs erwähnte. Auf meinem Kanal. Auf Twitch. Kommt vorbei. Lasst uns Spaß haben. Wird ein geiles Match. Ich freue mich drauf. Und falls euch der Content hier gefällt. Hinterlasst auch ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versuche noch am Abouisten.